Was ist apokalyptische Literatur? Apokalyptische Literatur. Ich möchte eine Einführung geben in apokalyptische Literatur. Und man stößt auf diesen Literaturtyp, wenn man zum Beispiel das erste Mal das Buch Daniel liest oder die Offenbarung. Dann stellt man fest, dass dort Dinge irgendwie anders beschrieben werden, als man das sonst in der Bibel kennt. Da gibt es dann Visionen und Träume, mit denen man es zu tun bekommt. Und das sind so Sachen, die sind nicht sofort verständlich. Stattdessen geheimnisvolle Symbole, geheimnisvolle Bilder, die uns, jedenfalls bei mir war das so, gelinde gesagt, erstmal überfordern. Und das ist die Welt der sogenannten apokalyptischen Literatur. Die apokalyptische Literatur hat ihren Ursprung zu einem großen Teil in der prophetischen Literatur des Alten Testaments. Aber sie erreicht als Literaturtyp ihren Höhepunkt in der sogenannten intertestamentarischen Zeit. Also irgendwo zwischen Maleachi, dem letzten Propheten des A.T., so ca. 330 v. Chr. Dann den ersten Briefen des Neuen Testaments im 1. Jahrhundert n. Chr. Noch zur Zeit der Abfassung des Neuen Testaments gehört apokalyptische Literatur zu einer ganz populären literarischen Gattung. Weshalb es dann eben auch nicht verwundert, dass zum Beispiel die Offenbarung auf diese Weise verfasst ist. Oder dass auch im Judasbrief auf apokalyptische Werke wie das Buch Henoch oder die Himmelfahrt des Mose Bezug genommen wird. Wir merken daran, wie einflussreich einige der apokryphen, also außerbiblischen, wie einflussreich einige dieser apokryphen, apokalyptischen Werke waren. Im Rahmen meiner Einführung jetzt erstmal eine Begriffsdefinition. Was ist eine Apokalypse? Und danach möchte ich definieren, was ist apokalyptische Literatur? Also, wir wollen ein ganz klein wenig darüber reden, was ist apokalyptische Eschatologie? Fangen wir mit der ersten Definition an. Was ist eine Apokalypse? Verschiedene antike Werke, und das mag jetzt die, die sich noch nie damit beschäftigt haben, ein bisschen überraschen. Aber verschiedene antike Werke einschließlich der Offenbarung in der Bibel beschreiben sich als Apokalypse. Deswegen die Frage, was ist eine Apokalypse? Das Wort selbst leitet sich von dem griechischen Wort Apokalypsis ab. Das so viel bedeutet wie Offenbarung, Enthüllung. In der jüdischen und christlichen Literatur ging es bei der Enthüllung um die Enthüllung von zukünftigen Ereignissen, die ein Mensch von sich aus nicht wissen kann. Und die dafür notwendigen Informationen werden in der Apokalypse, üblicherweise einem gläubigen Überrest, durch göttliche Offenbarung zuteil. Und wenn man genau hinschaut, ist die Vermittlung dieser Offenbarung häufig durch einen Engel oder einen berühmten Helden der Vergangenheit. Offenbarung 1, Vers 1 lesen wir demzufolge. Da heißt es im griechischen Original Apokalypsis Jesu Christu. Und das wird dann übersetzt, Offenbarung 1, Vers 1 mit Offenbarung Jesu Christi. Und dann geht es weiter, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und indem er sie, jetzt kommt die Vermittlung durch den Engel, und indem er sie durch einen Engel sandte, hat er sie seinem Knecht Johannes kundgetan. Vier Dinge scheinen mir für die Definition einer Apokalypse wichtig. Punkt Nr. 1. Es handelt sich um eine Literaturgattung, deren Inhalt auf Enthüllung, auf Offenbarung hin angelegt ist. Literarisch handelt es sich um eine Erzählung, die beschreibt, wie der Inhalt der Enthüllung durch einen, ich habe das schon gesagt, spirituellen Vermittler überbracht wird. Das ist Punkt 1. Punkt 2. In einer Apokalypse spielt meist ein Engel als Bote eine herausragende Rolle. Und dieser Engel wird von Gott gesandt, um mit einem Auserwählten zu kommunizieren. Punkt Nr. 3. Die Enthüllung hat eine zeitliche und eine räumliche Dimension. Zeitlich dreht sich eine Offenbarung um eine bevorstehende Zeit der Krise oder des Gerichts, des Übergangs. Also eine Apokalypse ist zeitlich nach vorne hingerichtet. Räumlich verzahnt die Offenbarung durch ihren Inhalt die sichtbare mit der unsichtbaren Welt. Also der, der die Offenbarung bekommt, der erlebt räumlich auch die Begegnung mit der unsichtbaren Welt. Und viertens, die Absicht einer Apokalypse besteht nicht nur darin, die Empfänger zu informieren, sondern sie zu ermutigen, ihnen Hoffnung zu vermitteln oder entsprechend auch sie zu warnen und zu ermahnen. Also eine Apokalypse will den Lebensstil der Leser verändern. Und zwar dadurch, dass sie deren gegenwärtige Erfahrungen, und die sind häufig negativ, das kennen wir von der Offenbarung, da ist Johannes auf Patmos im Exil und jetzt nimmt diese gegenwärtige Erfahrung Anlauf und stellt sich ins Licht der Heilsgeschichte. Plötzlich weiß der Empfänger der Offenbarung, wie es weitergeht und kann sich in diesem Licht der zukünftigen Ereignisse sehen und genau das soll ihm Hoffnung geben. Jetzt habe ich gesagt, vier Dinge erscheinen mir für die Definition einer Apokalypse wichtig. Punkt 1 ist es eine Enthüllung, literarisch eine Erzählung. Punkt Nummer 2, ein Engel als Bote spielt eine herausragende Rolle. Punkt Nummer 3, es gibt eine zeitliche, nach vorne gerichtete und gleichzeitig auch eine räumliche Dimension, die Verbindung des Unsichtbaren mit dem Sichtbaren. Punkt Nummer 4, eine Apokalypse ist dazu da, Hoffnung zu vermitteln, den Lebensstil der Leser dadurch zu verändern, dass sie die Perspektive des Lesers auf die Zukunft verändert. Das war Definition Apokalypse. Jetzt schauen wir uns an, Definition apokalyptische Literatur. Dieser Begriff ist breiter und er schließt mehr Werke ein als der Begriff Apokalypse. Natürlich gehört jede Apokalypse zur apokalyptischen Literatur, aber es gibt dann auch Werke, die nur bestimmte Aspekte einer Apokalypse aufweisen, sich also nicht dafür qualifizieren, eine vollwertige Apokalypse zu sein, aber doch irgendwie apokalyptisch. Also es geht um Werke, die sind reich an Symbolik. Die haben viel mit Engeln zu tun. Da geht es um Warnungen eines bevorstehenden katastrophalen Endes. Und das immer bei gleichzeitiger Rettung der Gerechten. Und es muss sich jetzt bei apokalyptischer Literatur, das ist wichtig, dass wir das verstehen, nicht um ganze Werke handeln. Apokalyptisch können Anteile von, sagen wir mal, prophetischen oder von Erzähltexten sein. Also ich kann in der Bibel ein Buch lesen wie das Buch Daniel und feststellen, die erste Hälfte ist ein Erzähltext und die zweite Hälfte von Daniel ist apokalyptisch. Und genauso geht das für Teile von Jesaja, Hesekiel, Joel, Zacharia. Überall da finden wir apokalyptische Elemente. Und natürlich gibt es dann auch außerhalb der Bibel Literatur, die nur zum Teil dafür qualifiziert, eine Apokalypse zu sein. Und auch die, ich werde euch nachher einige vorstellen, fallen dann unter den breiteren Begriff der apokalyptischen Literatur. Zweite Definition apokalyptische Literatur. Jetzt die dritte. Dritte Definition apokalyptische Eschatologie. Eschatologie, der Begriff, meint die Lehre von den letzten Dingen, der Endzeit. Es geht ums Ende der Welt, so wie wir sie kennen, beziehungsweise um das Leben nach dem Tod. Jetzt ist das so, sowohl klassische prophetische als auch apokalyptische Literatur reden von Endzeit. Der Unterschied ist nun der, apokalyptische Eschatologie ist in ihren Warnungen viel intensiver, in den detaillierten Beschreibungen der übernatürlichen Ereignisse viel ausdrucksstärker. Apokalyptische Eschatologie klingt dringlicher, macht viel mehr Gebrauch von Symbolen und Sprachfiguren. Und deswegen beschreibt man mit diesem Begriff apokalyptische Eschatologie einen Stil zur Beschreibung der Endzeit, bei dem das plötzliche, unerwartete und gewalttätige Einbrechen Gottes in die Geschichte beschrieben wird, um damit mit der Menschheit ans Ziel zu kommen. Wenn Gott kommt, werden die Treuen gerettet und die Ungläubigen gehen endgültig verloren. Und apokalyptische Eschatologie beschreibt diesen Moment auf eine unglaublich in unseren Ohren wahrscheinlich sich manchmal total übertrieben anhörende Weise. Dramatische Bilder, da passiert ganz, ganz viel, wie kann das sein? Das ist apokalyptische Eschatologie. Jetzt haben wir drei Definitionen gehört. Einmal, was ist eine Apokalypse? Was ist dann breiter, die apokalyptische Literatur? Und dann, was ist apokalyptische Eschatologie? Jetzt möchte ich weitergehen und einen Blick werfen auf repräsentative apokalyptische Bücher. Also wir schauen uns jetzt apokalyptische Literatur an und ich stelle euch mal die repräsentativen Texte vor. Und wenn wir uns die anschauen, dann stellen wir fest, die sind kanonisch und außerbiblisch. Die gehören also zur Bibel und sind außerhalb der Bibel. Wenn man sich die kanonischen, die biblischen Texte anschaut, dann werden wir bei der Suche nach apokalyptischen Literaturanteilen fündig bei Daniel, Jesaja, Ezekiel, Zacharia und wahrscheinlich kurze Passagen von Joel und Malachi. Während, das ist jetzt wichtig, die meisten Textstellen, die man als, ich nenne es mal, apokalyptisch angehaucht verstehen kann, in der Bibel nicht sehr ausgeprägt sind, ist das Buch Daniel deutlicher. Es ist nämlich wirklich zweigeteilt. Also wenn man Apokalyptik sucht, werde in Daniel fündig. Erster Teil des Buches, nicht apokalyptisch. Im zweiten Teil Engel und Visionen und schräge Bilder in Fülle. Jetzt hatte ich ganz am Anfang schon gesagt, apokalyptische Literatur als Literaturtyp nimmt seinen Anfang zur Zeit der Entstehung des Alten Testaments, insbesondere so der letzten Bücher. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass wir in den prophetischen Büchern, die rein zeitlich im Alten Testament zum Schluss geschrieben wurden, dass wir dort apokalyptische Anteile finden. Warum ist das nicht verwunderlich? Naja, weil die Schreiber der Bibel haben immer so geschrieben und haben immer die Literatur Typen und Stile verwendet, die zu ihrer Zeit populär waren. Sie sind erst einmal Menschen ihrer Zeit. Deswegen beginnt das in dieser Zeit am Ende des Alten Testaments mit diesen apokalyptischen Elementen. Nur, auch das hatte ich schon, nach Abschluss des Alten Testaments wird die apokalyptische Literatur umfangreicher. Und deswegen möchte ich, wenn man das so nie macht, euch mal einen kleinen Überblick geben, was es denn da noch so gibt. Okay? Was sollte man vielleicht mal gehört haben? Und das sind jetzt Überschriften. Und manchmal lese ich euch ein bisschen was vor. Es geht mir wirklich darum, weil man sich so selten darüber Gedanken macht, euch mal ein paar Begriffe vorzustellen. Okay? Also jetzt apokalyptische Literatur. Wenn man das nachlesen wollen würde, wenn man irgendwann sagt, hey, ich möchte in Urlaub fahren und ich würde gerne mal ein paar apokalyptische Texte lesen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wo könntest du anfangen? Zum Beispiel das Buch Henoch. Geschrieben etwa ab dem dritten Jahrhundert vor Christus. Besteht aus fünf unterschiedlichen Texten. Die wurden zu einem Buch zusammengestellt. Da gibt es den ersten Teil, Henoch Kapitel 1 bis 36. Das ist eine Einleitung und dann das sogenannte Buch der Wächter. Henoch selber, ihr merkt schon, das ist natürlich nicht Henoch. Das wird diesem alten Patriarchen zugeschrieben. Henoch blickt zurück auf den Fall der Engel vor der Flut und besucht die Unterwelt. Und dabei lernt er dann einige heilige Engel kennen. Uriel, Raphael, Raguel, Michael, Sariel, Gabriel. Und die sind als Wächter über unterschiedliche Bereiche der Welt gesetzt. Das ist der Einstieg. Henoch 1 bis 36. In Henoch 37 bis 71, der zweite Teil, das sind Bildreden oder das messiologische Buch. Dieser Teil von Henoch besteht aus Gleichnissen. Ich bringe hier mal was. Es wird zum Beispiel der Sohn des Menschen beschrieben. Für mich ist das von Interesse, weil ich mich natürlich frage, wenn der Herr Jesus auftritt und bestimmte Begriffe verwendet, hat er sich diese Begriffe einfach nur ausgedacht? Oder hat er die irgendwoher? Ich lese euch aus Henoch 46 mal die ersten acht Verse vor. Ich sah dort den, der ein betagtes Haupt hat, und sein Haupt war weiß wie Wolle, bei ihm war ein anderer, dessen Antlitz wie das Aussehen eines Menschen war, und sein Antlitz war voll Anmut, gleich wie eines von den heiligen Engeln. Ich fragte den Engel, der mit mir ging und mir alle Geheimnisse zeigte über jenen Menschensohn, wer er sei, woher er stamme und weshalb er mit dem betagten Haupte gehe. Er antwortete mir und sagte zu mir, Dies ist der Menschensohn, der die Gerechtigkeit hat, bei dem die Gerechtigkeit wohnt und der alle Schätze dessen, was verborgen ist, offenbart. Denn der Herr der Geister hat ihn auserwählt, und sein Los hat vor dem Herrn der Geister dies durch Rechtschaffenheit in Ewigkeit übertroffen. Dieser Menschensohn, den du gesehen hast, wird die Könige und die Mächtigen von ihren Lagern und die Starken von ihren Thronen sich erheben machen. Er wird die Zügel der Starken lösen und die Zähne der Sünder zermalmen. Er wird die Könige von ihren Thronen und aus ihren Königreichen verstoßen, wenn sie ihn nicht erheben, noch preisen oder dankbar anerkennen, woher ihnen das Königtum verliehen worden ist. Er wird das Angesicht der Starken verstoßen und Schamröte wird sie erfüllen, Finsternis wird ihre Wohnung und Gewürm ihre Lagerstätte sein. Sie dürfen nicht hoffen, dass sie sich von ihren Lagerstätten erheben werden, was nichts anderes ist als Auferstehung, wenn sie den Namen des Herrn der Geister nicht erheben. Dies sind jene, die die Sterne des Himmels richten und ihre Hände gegen den Höchsten erheben, die Erde niedertreten und auf ihr wohnen, alle deren Taten Ungerechtigkeit offenbaren, und alle deren Taten Ungerechtigkeit ist, deren Macht sich auf ihren Reichtum stützt und deren Glaube sich Göttern zuwendet, die sie mit ihren Händen verfertigt hatten, während sie den Namen des Herrn der Geister verleugnet haben. Sie werden aus den Häusern seiner Versammlungen und der Gläubigen vertrieben werden, die da aufbewahrt sind bei dem Namen des Herrn der Geister. Jetzt habt ihr einen Einblick in das Buch Henoch 46, 1-8 und wer sich ein bisschen mit der Bibel auskennt, wird sagen, hey, hier wird doch eigentlich der Herr Jesus beschrieben, das ist doch der Messias. Genau. Und für mich war die Stelle ganz spannend, weil ich mir dachte, wow, hier wird vom Menschensohn gesprochen und der Herr Jesus nennt sich den Sohn des Menschen. Und wir ahnen schon, in der damaligen Zeit war der Begriff nicht so fremd, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Wir suchen im Alten Testament, wo taucht dieser Begriff auf, werden an einer Stelle vielleicht in Daniel etwas fündig und jetzt merken wir, da gibt es zwischen dem Alten und dem Neuen Testament Literatur, die auch auf diese Idee des Menschensohns Bezug nimmt. Das war Henoch. Mal ein Ausflug. Ich hatte gesagt, Henoch besteht das Buch aus fünf Schriften, die zusammengefügt sind. Henoch 72 bis 82 ist der dritte Teil. Das sogenannte astronomische Buch, Name ist Programm. Der Engel Uriel erklärt Henoch astronomische und geografische Zusammenhänge. Dann Henoch 83 bis 90, das sogenannte Geschichtsbuch oder das Buch der Traumvisionen. Da wird die biblische Geschichte in Form von Allegorien rekapituliert. Und zum Schluss Henoch 91 bis 108, Mahnreden. Dieser Teil des Buches enthält einen kleinen apokalyptischen Teil, die sogenannte Zehn-Wochen-Apokalypse. Da wird die Weltgeschichte in zehn Wochen eingeteilt. Das war jetzt von den Büchern apokalyptische Literatur, die ich euch vorstellen wollte, das Buch Henoch oder das erste Buch Henoch. Denn es gibt noch ein zweites Buch Henoch. Das nennt man auch slavisches Henoch-Buch. Etwa erstes Jahrhundert nach Christus. Ihr merkt, die apokalyptische Literatur außerhalb der Bibel geht über die Zeit der Bibel hinweg. Eben erstes Buch Henoch ab drittes Jahrhundert vor Christus. Jetzt zweites Buch Henoch, erstes Jahrhundert nach Christus. Worum geht's? Zwei Engel nehmen Henoch, wieder nicht den Original-Henoch, aber eben die Person muss herhalten, um dem Buch Gewicht zu geben. Es ist pseudoepigraphisch. Das heißt, der Autor, der genannt wird, kann es nicht geschrieben haben. Zwei Engel nehmen Henoch mit und zeigen ihm die sieben Himmel. Er schreibt dieses neue Wissen über Himmel, Erde und Meer auf, kehrt zurück, hält Predigten und wird dann in den obersten Himmel aufgenommen. Nächstes Buch, das Buch der Jubiläen. Früher hat man das auch genannt, die kleine Genesis. Jubiläen, ein Jubiläum, das sind 49 Jahre. Im Hintergrund steht da aus dem Alten Testament immer die siebener Periode von Jahren. Wenn ihr euch erinnert, alle sieben Jahre sollte im Alten Testament die Arbeit eingestellt werden und der Boden ruhen. Und alle 50 Jahre war dann ein Jubel oder Jubeljahr. Das Buch der Jubiläen nimmt von daher auch irgendwo seinen Namen. Zweites Jahrhundert vor Christus. Und es ist eine Nacherzählung von Genesis beziehungsweise der ersten Hälfte von 2. Mose. Und da ist Kapitel 23 definitiv apokalyptisch. Dann haben wir das vierte Buch Esra. Auch circa 100 nach Christus. Das Buch beschreibt eine Offenbarung an Esra. Wieder nicht den Original Esra, das wisst ihr jetzt. 30 Jahre nach der Zerstörung Jerusalems. Jerusalem wird 70 nach Christus zerstört. Und das Buch selber besteht aus sieben Visionen beziehungsweise Träumen. Und man ahnt etwas von der Nähe des Buches zum Zeitgeschehen Jesu und der Apostel. Wenn ihr mal einen Ausflug in apokalyptische Literatur machen wollt, dann rate ich euch dazu, das vierte Buch Esra zu lesen. Es ist nicht so lang und es ist wirklich spannend. Da heißt es zum Beispiel in 4. Esra, Kapitel 12, die Verse 31 und 32. Der Löwe aber, der vor deinen Augen mit Gebrüll aus dem Wald hervorgestürzt ist, der zum Adler gesprochen und ihm seine Sünden vorgehalten hat, mit all den Worten, die du gehört hast, das ist der Christus, den der Höchste bewahrt für das Ende der Tage, der aus dem Samen Davids erstehen und auftreten wird, um zu ihnen zu reden. Er wird ihnen die Gottlosigkeit vorhalten, Ungerechtigkeiten strafen, die Frevel vor Augen führen. Und ihr merkt, hier haben wir einen Blick ins jüdische Denken über den Messias. Natürlich denken sie nicht, dass das der Herr Jesus ist. Sie erwarten ihn noch, aber die Beschreibung ist spannend. Oder da heißt es in 4. Esra 13, die Verse 26 und 32, nochmal über den Messias. Das ist derjenige, den der Höchste lange Zeiten hindurch aufspart, durch den er die Schöpfung erlösen will. Dann, wenn dies geschieht und die Zeichen eintreffen, die ich dir vorausgesagt, dann wird, und jetzt hört mal zu, dann wird mein Sohn erscheinen. Ist das großartig? Hier wird der Messias Sohn Gottes genannt. Total spannend. Und da gibt es noch ein paar mehr Dinge, die man entdecken kann. Deswegen, wenn ihr Lust habt auf apokalyptische Literatur, dann startet mit dem 4. Buch Esra einfach gut. Weitere Bücher, die ich euch vorstellen möchte. Da gibt es die syrische Baruch-Apokalypse. Ende 1. Jahrhundert, ähnlich wie 4. Esra. Im Zentrum steht die Zerstörung Jerusalems und das Kommen des Messias am Ende der Zeit. Oder es gibt die Apokalypse des Abraham. 1. oder 2. Jahrhundert nach Christus. Da geht es um die Bekehrung Abrahams und die Begegnung mit dem Engel I-Auel, der ihn in den Himmel führt, wo er sieben Visionen hat. Dann gibt es das Testament des Levi. Eigentlich ist das Teil eines größeren Werkes. Das Testament des Levi gehört zu dem Werk Die Testamente der zwölf Patriarchen. Auch etwa so erstes, zweites Jahrhundert nach Christus. Worum geht es? Levi bekommt eine himmlische Führung durch die sieben Himmel, inklusive Blick auf den himmlischen Tempel und den Thron Gottes. Dann das Testament Abrahams. Inhaltlich Abraham bekommt Besuch vom Engel Michael und vom Tod. Dann die Apokalypse des Zephania, 1. Jahrhundert vor Christus. Einfach eine Sammlung von Visionen. Und zum Schluss das sogenannte Testament des Mose. Wieder keine eigentliche Apokalypse, sondern ein Buch mit apokalyptischen Anteilen. So, jetzt habe ich euch einfach mal unterschiedlichste Bücher benannt. Mehr kann das ja nicht sein. Dass ihr versteht, es gibt mehr. Apokalyptische Literatur ist ein Literaturtyp, der vor und während des Neuen Testaments seine Blüte hat. Nochmal, wir hatten das Buch Henoch. Dann hatten wir das zweite Buch Henoch. Das Buch der Jubiläen. Das vierte Buch Esra. Die syrische Baruch-Apokalypse. Die Apokalypse des Abraham. Das Testament des Levi. Das Testament des Abraham. Die Apokalypse des Zephania. Und das Testament des Mose. Was ich jetzt, nachdem ich euch so einen Überblick gegeben habe, über repräsentative, apokalyptische Bücher, was ich jetzt machen möchte, ist, möchte mit euch eingehen auf Kennzeichen und Themen, die für den Literaturtyp apokalyptische Literatur typisch sind. Achtung! Bevor wir das machen, drei Vorbemerkungen. Nicht alle Kennzeichen werden in jedem apokalyptischen Text gefunden. Okay? Das ist in jedem Literaturtyp so. In einem Brieftext beispielsweise muss auch nicht immer eine Danksagung enthalten sein. Und das ist bei apokalyptischen Texten ähnlich. Nicht alle Kennzeichen werden in jedem apokalyptischen Text gefunden. Zweitens. Wenn man ein paar Kennzeichen apokalyptische Literatur findet, reicht das natürlich auch noch nicht aus, um einen Text als apokalyptisch einzuordnen. Und wenn ich jetzt eine Auflistung von Kennzeichen mache, dann vermittelt das auf den ersten Blick einen falschen Eindruck. Nämlich den falschen Eindruck von Homogenität. Wenn man so eine Liste macht, ich mache gleich sechs Kennzeichen apokalyptischer Literatur, dann denkt man, aha, jetzt weiß ich, was das ist. Aber Vorsicht! Apokalyptische Texte können sehr unterschiedlich sein. Auch das wissen wir. Wenn wir über Brieftexte reden, dann haben wir einen Römerbrief und einen ersten Johannesbrief. Das sind beides Briefe. Und doch sehr unterschiedlich. Und genau so unterschiedlich können apokalyptische Texte sein. Also bitte Vorsicht! Nicht alle Kennzeichen werden gefunden. Wenn man Kennzeichen findet, heißt das noch nicht, dass ein Text automatisch apokalyptisch sein muss. Und immer ein bisschen die Gefahr zu denken, alle apokalyptischen Texte sind gleich. Nein, sind sie nicht. Jetzt aber trotzdem, damit ihr vielleicht so ein bisschen versteht, wie apokalyptische Literatur tickt, sechs Kennzeichen apokalyptischer Literatur. Erstens. Apokalyptische Literatur war für die Schriftform konzipiert. Das heißt, der Empfänger eines apokalyptischen Textes ist ein Schreiber. Das ist übrigens ein Gegensatz zum Propheten. Der Prophet war ein Hörer, vielleicht bei einer Vision auch ein Seher, aber zuerst mal war der Prophet ein Hörer und hat dann, eher wie so ein Sozialreformer, das, was er gehört hat, als Predigt weitergegeben. Beim apokalyptischen Text geht es von Anfang an ums Schreiben. Natürlich kann ein Prophet das, was er gepredigt hat, später auch in Form einer Predigt oder eines prophetischen Textes aufschreiben. Aber er ist deshalb am Anfang erstmal der, der hört und predigt. Und dasselbe kann man für jüdische Rabbis sagen. Sie waren Lehrer, die auf eine mündliche Weitergabe ihrer Lehren vertrauten. Und erst später, so nach dieser Katastrophe, 70 nach Christus, entsteht das, was wir nennen Talmud. Und im Talmud heißt es dann immer, Rabbi so und so hat das und das gesagt. Ihr merkt, auch da geht es um das, was gesagt wurde. Bei apokalyptischen Texten ist das anders. Die werden gegeben, um sofort schriftlich niedergelegt zu werden. Also in apokalyptischer Literatur heißt es immer, hört zu und schreibt das auf. Bei den Propheten, hört zu und predige das. Bei den Rabbis, die haben gelehrt und darauf vertraut, dass das Gelehrte mündlich weitergegeben wurde. Anders bei der apokalyptischen Literatur. Für die Schriftform konzipiert. Zweiter Punkt. Apokalyptische Literatur hat einen geoffenbarten Inhalt. Der Inhalt apokalyptischer Literatur liegt außerhalb dessen, was der Mensch durch Nachdenken oder Betrachtung von Geschichte, Natur, Gewissen sich selber erschließen kann. Der apokalyptische Autor behauptet, eine Offenbarung erhalten zu haben, wodurch der Inhalt meist etwas esoterisch anmutet. Also geheimnisvoll ist, mysteriös, rätselhaft. Der Inhalt der Offenbarung erstreckt sich auf Vergangenheit, Gegenwart und oft auch Zukunft. Apokalyptische Literatur hat einen geoffenbarten Inhalt. Ein Beispiel. 1. Henoch 1, die Verse 1 und 2. Da heißt es die Segensrede Henochs, mit der er die auserwählten Gerechten segnete, die am Tag der Trübsal vorhanden sein werden, wenn man alle gottlosen Sünder beseitigte. Da hob Henoch ein gerechter Mann seine Bildrede an und sprach, ein Gesicht war ihm von Gott enthüllt und er schaute ein heiliges und himmlisches Gesicht, das mir die heiligen Engel zeigten. Von ihnen hörte und erfuhr ich alles, was ich sah. Nicht für das gegenwärtige Geschlecht dachte ich nach, sondern für das zukünftige. Ihr merkt, offenbart, er hat ein Gesicht. Es sind heilige Engel, die ihm etwas zeigen. Darum geht es in apokalyptischer Literatur. Jetzt hatten wir Punkt 1. Apokalyptische Literatur war für die Schriftform konzipiert. Kennzeichen Nr. 2. Apokalyptische Literatur hat einen geoffenbarten Inhalt. Nr. 3. Träume und Visionen. Also Offenbarungen, die apokalyptischer Literatur zugrunde liegen, gehen häufig auf Träume und Visionen oder Gesichte zurück. Und diese Träume konnten für den Empfänger durchaus verstörend sein. Da heißt es 1. Henoch 90, die Verse 39 bis 42, Da wachte ich auf und sah alles. Dies ist das Gesicht, das ich im Schlafe sah. Als ich erwachte, pries ich den Herrn der Gerechtigkeit und stimmte ihm einen Lobgesang an. Darauf brach ich in lautes Weinen aus, und meine Tränen hörten nicht auf, bis ich es nicht mehr auszuhalten vermochte. So oft ich hinsah, rannen sie herab wegen dessen, was ich sah. Denn alles wird eintreffen und sich erfüllen. Denn alles Tun der Menschen ist mir der Reihe nach gezeigt worden. In jener Nacht erinnerte ich mich meines ersten Traums. Auch seinetwegen weinte ich und war bestürzt, weil ich jenes Gesicht gesehen hatte. Also Apokalyptiker sind keine Philosophen oder Denker, die sich mit den Fragen des Lebens auseinandersetzen und dann ganz ruhig ihre Ergebnisse aufschreiben. Es sind Visionäre, die ohne ihr eigenes Zutun, auch ohne bewusstseinserweiternde Drogen oder Trance-ähnliche Zustände oder Askese, die einfach Träume und Gesichte bekommen, von denen sie dann selbst oft schon auch mal emotional überwältigt werden. Vierter Punkt. Die typische Apokalypse, und hier an dieser Stelle ist die Offenbarung in der Bibel eine Ausnahme. Okay? Die typische Apokalypse hat einen Autor, den wir nicht kennen, der sein Werk einem berühmten Helden der Vergangenheit zuschreibt und in den Mund legt. Ja, Beispiel Henoch. Den habe ich jetzt ein paar Mal zitiert. Das Einzige, was wir über Henoch wissen, ist 1. Mose 5, Vers 24 Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Soviel zum Thema Henoch in der Bibel. Und dann 1. Henoch 1, 1 Die Segensrede Henochs, mit der er die Außerwählten Gerechten segnete, die am Tag der Trübsal vorhanden sein werden, wenn man alle gottlosen Sünder beseitigte. Der Henoch aus der Bibel redet. Aber natürlich ist das nicht der Henoch, sondern Pseudonymität. Ein Pseudonym. Das Wort habt ihr bestimmt schon gehört. Hier redet jemand im Namen von Henoch. Benutzt diesen Namen. Fünfter Punkt. Es gibt einen Empfängerkreis von Eingeweihten. Ein apokalyptischer Text richtet sich nicht an jedermann. Zielgruppe sind immer die Eingeweihten, die sich auf die Symbolsprache und auch auf die Geheimnisse einlassen. Es geht um Verborgenes, das enthüllt werden muss, aber nicht immer und an nicht jeden weitergegeben werden darf. Ein paar Verse aus 4. Esra, Kapitel 14, und das sind die Verse 25, 26 und dann 45 bis 47. Da heißt es, So will ich in deinem Herzen die Leuchte der Weisheit entzünden, die nicht erlöschen wird, bis zu Ende ist, was du schreiben sollst. Wenn du aber damit fertig bist, so sollst du das eine veröffentlichen, das andere aber den Weisen im Geheimen übergeben. Die 24 Bücher, die du zuerst geschrieben sollst du veröffentlichen, den Würdigen und Unwürdigen zum Lesen, die letzten 70 aber sollst du zurückhalten und nur den Weisen deines Volkes übergeben. Es braucht also eine Bereitschaft, sich auf den Text und auf seine Inhalte einzulassen, weise zu sein, wir würden vielleicht sagen, gläubig zu sein, gottesfürchtig zu sein, damit dieser Text einen auch erfüllen kann mit seinen Offenbarungen. Ein sechster und letzter Punkt, also wir hatten jetzt schon fünf Kennzeichen apokalyptischer Literatur, Schriftform, geoffenbarter Inhalt, Träume und Visionen, dann viertens die Pseudonymität, der Empfängerkreis von Eingeweihten, sechster und letzter Punkt, übermäßiger Symbolismus. Apokalyptische Literatur ist einfach mal davon gekennzeichnet, dass im Übermaß bildhafte Sprache und Symbolismus verwendet wird. Die Autoren bombardieren ihre Leser förmlich mit bizarren und wirklich manchmal grotesken Bildern, weil sie viel mehr an die Vorstellungskraft eines Lesers als an seinen Intellekt appellieren. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Apokalyptische Literatur will Emotionen, will Gefühle auslösen. Und das geht sehr weit. Das geht sehr, sehr weit. Ja, das, wenn man sich, ich könnte euch jetzt mal einen Text vorlesen, wo man sagt, wow, ich lese euch mal den Text vor und dann gebe ich euch die Übertragung. Erster Henoch 89, die Verse 9 bis 13. Da heißt es, Jener weiße Pfarre, ein Pfarre ist ein Hausrind, jener weiße Pfarre aber, der ein Mann geworden war, ging mit den drei Pfarren aus jenem Fahrzeuge heraus. Einer von den drei Pfarren war weiß, ähnlich jenem Pfarren. Einer von ihnen war rot wie blut und einer schwarz. Jener weiße Pfarre entfernte sich von ihnen, als er starb. Da fingen sie an, wilde Tiere und Vögel zu erzeugen, sodass sich aus ihnen alle von Arten von Lebewesen entwickelten. Löwen, Tiger, Hunde, Wölfe, Hyänen, Wildschweine, Füchse, Kaninchen, Schweine, Falken, Geier, Weihen, Adler und Raben. Und unter ihnen wurde ein weißer Pfarre geboren. Als dann fingen sie an, sich untereinander eins mit dem anderen zu beißen. Jener weiße Pfarre aber, der unter ihnen geboren worden war, zeugte einen Wildesel. Und außer ihm einen weißen Pfarren. Der Wildesel aber mehrte sich. Jener weiße Pfarre aber, der von ihm gezeugt worden war, zeugte ein schwarzes Wildschwein und ein weißes Schaf. Und jenes Wildschwein zeugte viele Schweine. Jedes Schaf aber zeugte zwölf Schafe. Als jene Schafe herangewachsen waren, übergaben sie eins von ihnen den Eseln. Und diese Esel wiederum übergaben jenes den Wölfen. Und so wuchs jenes Schaf unter den Wölfen auf. Das ist der Text. Und vielleicht hast du geraten und weißt, worum es geht. Ich mach mal die Auflösung. Jener weiße Pfarre am Anfang ist Noah. Denn der Text selber, 1. Henoch 89, die Verse 9 bis 13, vielleicht erinnert ihr euch noch, was ich dazu gesagt habe. Da geht es darum, also in 1. Henoch, das war dieses Buch mit den 5 Büchern, die da zusammengefasst waren. Und ich hatte gesagt, Henoch 83 bis 90 beschreibt die biblische Geschichte in Form von Allegorien. Wir sind hier also mittendrin in der Beschreibung einer biblischen Geschichte. Und es ist die Geschichte von Noah und seinen Nachkommen. Nochmal, jener weiße Pfarre, das ist Noah. Aber der ein Mann geworden war, ging mit den drei Pfarren, das sind die Söhne Noas, aus jenem Fahrzeug heraus. Einer von den drei Pfarren war weiß, ähnlich jenem Pfarren. Einer von ihnen war rot, wie Blut, und einer schwarz. Jener weiße Pfarren entfernte sich von ihnen. Also er stirbt, Noah stirbt. Da fingen sie, das sind die Söhne, an, wilde Tiere und Vögel zu erzeugen, sodass sich aus ihnen alle von Arten, von Lebewesen entwickelten. Gemeint sind alle Völker. Jetzt werden die Völker aufgezählt, das war Löwe, Tiger, Hunde und so weiter. Und unter ihnen wurde ein weißer Pfarre, das ist jetzt Abraham, geboren. Als dann fingen sie an, sich untereinander um, eins mit dem anderen zu beißen. Jener weiße Pfarre, Abraham aber, der unter ihnen geboren war, zeugte einen Wildesel, das ist Ismail, und außer ihm einen weißen Pfarren, das ist Isaak. Der Wildesel aber mehrte sich. Jener weiße Pfarre, Isaak, aber der von ihm gezeugt worden war, zeugte ein schwarzes Wildschwein, das ist Esau, und ein weißes Schaf, Jakob. Und jenes Wildschwein zeugte viele Schweine. Jene Schafe aber zeugte zwölf Schafe. Das sind die Stammväter. Als jene Schafe herangewachsen waren, übergaben sie eins von ihnen, Josef, ist gemeint, den Eseln, das sind die Midianiter. Und diese Esel wiederum übergaben jenes Schaf den Wölfen, das sind die Ägypter. Und so wuchs jenes Schaf unter den Wölfen auf. Also ein langes Beispiel dafür, dass ein übermäßiger Symbolismus etwas ist, was typisch ist für apokalyptische Literatur. Das waren die sechs Kennzeichen. Ich möchte mich jetzt den sieben Themen zuwenden, die apokalyptische Literatur ausmachen. Da ist zum Ersten eine hochentwickelte Angelologie. Angelologie ist die Lehre von den Engeln. Apokalyptische Literatur betont die Aktivität von Engeln als Vermittler göttlicher Offenbarung. Und wir bekommen, wenn wir apokalyptische Literatur lesen, über die Namen, die wir, also wir haben ja, wenn wir im Atema lesen, wir haben zwei Namen von Engeln. Wir haben Gabriel und Michael. In apokalyptischer Literatur gibt es Dutzende von Namen, Aufgaben, Ordnungen, Aktivitäten von Engeln, die weit über das hinausgehen, was die Bibel selber beschreibt. Hört euch das an. Erster Henoch 6, die Verse 1 bis 8. Nachdem die Menschenkinder sich gemehrt hatten, wurden ihnen in jenen Tagen schöne und liebliche Töchter geboren. Als aber die Engel, die Himmelssöhne, sie sahen, gelüstete es sie nach ihnen und sie sprachen untereinander, da wohl an, wir wollen uns Weiber unter den Menschentöchtern auswählen und uns Kinder zeugen. Semjar sah aber, ihr Oberster sprach zu ihnen, ich fürchte, ihr werdet wohl diese Tat nicht ausführen wollen, so dass ich allein eine so große Sünde zu büßen haben werde. Da antworteten ihm alle, gemeint sind immer noch die Engel, da antworteten ihm alle und sprachen, wir wollen alle einen Eid schwören und durch Verwünschungen uns untereinander verpflichten, diesen Plan nicht aufzugeben, sondern dies beabsichtigte Werk auszuführen. Da schworen alle zusammen und verpflichteten sich untereinander durch Verwünschungen dazu. Es waren ihre im Ganzen 200, die in den Tagen Jareps auf den Gipfel des Berges Hermon herabstiegen. Sie nannten aber den Berg Hermon, weil sie auf ihn geschworen und durch Verwünschungen sich untereinander verpflichtet hatten. Dies sind die Namen ihrer Anführer, Semjasa ihr Oberster, Urarkib, Arameel, Akibeel, Tamiel, Ramuel, Daniel, Esekiel, Sarakjal, Asael, Amers, Batraal, Anani, Sakebe, Samsaveel, Sartael, Tureel, Jomjael, Arassial. Dies sind ihre Dekarchen. Und ihr merkt, die Namen von Engeln habt ihr noch nie gehört. Was ist wichtig? Es geht ja um Themen apokalyptischer Literatur, hochentwickelte Angelologie und oft werden AT-Texte genommen, erweitert, ausgeschmückt, um Details ergänzt. Zweiter Punkt. Ein ethischer Dualismus. Ein apokalyptischer Text neigt dazu, die Welt in schwarz und weiß einzuteilen. Da ist wenig Grau. Licht, Dunkelheit, Gut, Böse, Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit. Für apokalyptische Autoren gab es für diese Welt von einem moralischen oder geistlichen Standpunkt aus betrachtet keine Hoffnung. Ohne göttliches Eingreifen bleibt alles irgendwie dunkel und böse und ungerecht. Die Hoffnung des Gerechten liegt immer im plötzlichen Eingreifen Gottes. Bleiben dann tatsächlich nur die Treuen übrig und nicht die Bösen. Zweiter Baruch 54, die Verse 21 und 22 Denn am Ende der Welt wird die Vergeltung vollzogen an denen, die Übel getan haben, entsprechend ihrer Missetat. Und du verherrlichst die Gläubigen entsprechend ihrem Glauben. Denn die, die in dem Deinen sind, also unter Gottes Herrschaft, Denn die, die in dem Deinen sind, die leitest du und die Sündigen vertilgst du aus dem Deinen. Die Welt ist in der apokalyptischen Literatur ein Ort des Konflikts, das Böse streitet gegen das Gute und niemand entkommt diesem Konflikt, aber am Ende gewinnt Gott. Dann ein dritter Punkt. Ich habe das mal genannt, eine determinierte Enderwartung. Die apokalyptische Literatur weiß um einen souveränen Gott, der die Zukunft kennt und in seinem Sinn gestaltet. Determiniert heißt festgesetzt. Das Ende ist beschlossene Sache. Der Triumph des Guten über das Böse steht fest und damit einher geht der Glaube an Zeiträume oder Zeitabschnitte. Abschnitte, die ablaufen müssen, bevor das Ende kommt. Und da spielt dann ein numerischer Symbolismus, also Zahlen wie 3, 4, 7, 10, 12, der spielt dabei eine große Rolle. Punkt Nummer 4, der Glaube an eine bevorstehende Krise. Für die apokalyptischen Autoren ist klar, die letzten Tage stehen bevor. Und ihre Botschaft lautet, bereitet euch vor. Die Zeichen, die sie beschreiben, sind Zeichen des bevorstehenden Eingreifens Gottes. 4. Esra 5, die Verse 4 bis 9 Die Zeichen aber sind die, siehe, Tage werden kommen, da werden die Erdbewohner von einem gewaltigen Entsetzen gepackt werden. Der Weg der Wahrheit wird verborgen sein und das Land wird leer von Glauben sein. Die Ungerechtigkeit wird größer werden als jene, die du jetzt selbst siehst und über die du von früher gehört hast. Das Land, das du jetzt herrschen siehst, wird unwegsam sein und man wird es verlassen sehen. Wenn aber der Höchste dir das Leben gewährt, dann wirst du es nach drei Zeiten in Verwirrung sehen. Die Sonne wird plötzlich bei Nacht leuchten und der Mond tagsüber. Von Bäumen wird Blut herabtropfen, Steine werden rufen. Die Völker geraten in Aufruhr und die Sterne in Verwirrung. Herrschen wird der, den die Erdbewohner nicht erwarten. Die Vögel wandern aus, das Meer von Sodom wirft Fische aus. Der, den viele nicht kennen, wird nachts rufen. Viele werden seine Stimme hören. Abgründe tun sich an vielen Orten auf und oft wird Feuer herausgeschleudert. Die wilden Tiere verlassen ihr Gebiet. Frauen bringen Missgeburten zur Welt und im Süßwasser findet man salziges. Freunde bekämpfen einander plötzlich. Dann wird sich die Weisheit verbergen und die Einsicht sich in ihre Kammer zurückziehen. Bevorstehende Krise Zeichen, die auf diese Krise hindeuten. Dramatische Zeichen. Das ist klassische apokalyptische Literatur. Dann, fünfter Punkt, die Anwesenheit eines treuen Überrestes. Bis zum Schluss gibt es die Gläubigen, die Treuen. 4. Esra 8, Verse 1 und 3 Diese Welt hat der Höchste um der vielen Willen erschaffen, die künftige aber nur wegen der wenigen. Viele sind zwar geschaffen, aber nur wenige werden gerettet. 4. Esra 9, die Verse 15, 16 Einst habe ich gesagt und ich sage es jetzt und werde es später sagen, dass die, die zugrunde gehen, mehr sind als die, die gerettet werden. Wie die Flut mehr ist als der Tropfen. Oder 4. Esra 9, die Verse 20, 21 Ich sah es und verschonte ein klein wenige und rettete mir eine Beere von der Traube und einen Spross von dem großen Wald. So gehe denn die Menge zugrunde, die nutzlos geboren ist und gerettet werde meine Beere und mein Spross, denn ich habe sie mit viel Mühe zustande gebracht. Weil die Gerechten gerettet werden, brauchen sie sich im Diesseits keine Sorgen zu machen, sondern sollen sich vorbereiten auf die Welt, die kommt. Das Problem des Bösen wird also nicht in dieser Welt gelöst, sondern durch den Anbruch einer neuen Welt. Und der Gerechte, der kann die Unterdrückung und Verfolgung ertragen, weil er weiß, dass er am Ende als Sieger vom Platz geht. Das kennen wir. Hört euch Daniel 12, die Verse 1 bis 3 an. Da heißt es, denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Völker gibt. Bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Und die Verständigen werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewig. Es gibt einen treuen Überrest. Nummer 6. Die Warnung vor einem göttlichen Gericht. Typisch für apokalyptische Literatur. Gott wird richten. Und sein Gericht ist das endgültige Aus für das Böse und für alles, für alle Menschen, die Böses getan haben. Also das Böse und der Böse, die werden verschwinden. Da heißt es in 4. Esra Kapitel 6, die Verse 18 bis 20. Sie sagte, siehe, Tage werden kommen, wenn ich nahen werde, um die Erdbewohner heimzusuchen. Wenn ich beginne, die schändlichen Freveltaten der Frevler zu untersuchen, wenn die Erniedrigung Zions vollendet ist und die Welt versiegelt ist, die vergehen soll, dann werde ich diese Zeichen tun. Bücher werden am Firmament aufgeschlagen und alle werden sie zugleich sehen. Und über den Zeitpunkt des Gerichtes, 4. Esra 7, Verse 29 und 33 bis 36. Nach diesen Jahren wird mein Sohn, der Messias, sterben und alle, die Menschen Odem haben. Der Höchste offenbart sich auf dem Richterthron. Das Erbarmen vergeht, die Langmut verschwindet, nur das Gericht bleibt. Die Wahrheit besteht, der Glaube erstarkt. Das Werk folgt nach, der Lohn zeigt sich, die gerechten Taten erwachen, die Ungerechten schlafen nicht mehr. Dann erscheint die Grube der Pein und gegenüber der Ort der Ruhe. Der Ofen der Hölle zeigt sich und gegenüber das Paradies der Wonne. Das ist 4. Esra 7. Und ihr merkt, alleine vom Wording, das klingt sehr, sehr biblisch. 7. Und letzter Punkt, noch ein Thema, das typisch ist für apokalyptische Literatur, die sogenannte eschatologische Hoffnung. Apokalyptische Literatur ist nicht pessimistisch. Es gibt für die Gläubigen eine tolle Zukunft. Da heißt es in 1. Henoch 91, die Verse 16 und 17, Der erste Himmel wird verschwinden und vergehen. Ein neuer Himmel wird erscheinen. Und alle Kräfte der Himmel werden siebenfach immer da leuchten. Danach werden viele zahllose Wochen bis in Ewigkeit in Güte und Gerechtigkeit sein. Und die Sünde wird von da an bis in Ewigkeit nicht mehr erwähnt werden. Ey, ganz ehrlich, das könnte auch in der Offenbarung stehen. Und wir merken, dass apokalyptische Literatur mit diesen sieben Themen, die ich gerade gebracht habe, hochentwickelte Angelologie, ethischer Dualismus, eine determinierte, eine festbeschlossene Enderwartung, der Glaube an eine bevorstehende Krise, die Anwesenheit eines treuen Überrestes und die Warnung vor einem göttlichen Gericht, sagt, dass das Dinge sind, die wir natürlich kennen. Einfach deshalb, weil wir die Offenbarung gelesen haben. Weil wir Daniel kennen. Weil uns jetzt, wo wir die Themen apokalyptischer Literatur und die Kennzeichen uns vergegenwärtigen, auffällt, dass es immer mal wieder, auch im Alten Testament, nicht nur bei Daniel, Texte gibt, die passen da rein. Lasst uns jetzt diesen Vortrag, der nur eine Einführung sein soll in apokalyptische Literatur. Lasst ihn uns dadurch beenden, dass wir uns ein konkretes Beispiel anschauen. Und ich habe dieses Beispiel sehr bewusst gewählt, weil es mir darum ging, euch die Hermeneutik zu zeigen, die Hermeneutik apokalyptischer Literatur. Es geht mir ja um die Frage, wie soll man apokalyptische Texte nicht nur lesen, sondern auslegen. Und jetzt machen wir folgendes. Wir nehmen einen apokalyptischen Text. Vielleicht muss man genauer sagen, es ist ein apokalyptisch angehauchter Text. Aber das reicht. Und zwar findet man diesen Text in der Lutherbibel, weil die hat die Apokryphen zum Alten Testament häufig mit dabei. Und in den Apokryphen der Lutherbibel findet sich zwischen Alten und Neuem Testament ein Buch, das heißt Stücke zum Buch Esther. Also dieses Buch will bewusst als Ergänzung verstanden werden zum biblischen Buch Esther. Und wenn man sich fragt, wo kommen die her? Na ja, die werden eben nur in der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments gefunden. Schaut man sich jetzt diesen Textstücke zum Buch Esther an, dann findet sich ganz am Anfang ein Traum Mordecais. Und dieser Traum wird ganz am Ende gedeutet. Und jetzt spannend, der Traum ist literarisch ganz nahe an einem apokalyptischen Text. Die Beschreibung des Traums ist apokalyptisch, die Deutung am Ende ist jedoch ein Erzähltext. Das heißt, was wir jetzt machen wollen, wir schauen uns an, wie wird der Traum apokalyptisch beschrieben und wie wird dann das, was da geträumt wurde, als Erzähltext ausgelegt. Es geht ja um die Frage, wie gehe ich mit diesen Bildern um, die in apokalyptischen Texten vorhanden sind. Muss ich die mehr wörtlich nehmen? Muss ich davon alles übertragen? Oder sind diese Bilder wirklich erstmal dazu da, Emotionen zu wecken? Und ich sollte sehr vorsichtig sein bei der Übertragung. Um diese Fragen geht es mir jetzt. Es geht mir um den Vergleich eines apokalyptischen Textes mit seiner Deutung. Und dann können wir am Ende sehen, wie man vielleicht auch mit anderen apokalyptischen Texten, die man in der Bibel findet, umzugehen hat. Weil mein Ansatz vielleicht ein bisschen zu kompliziert ist, noch einmal. Was ich machen möchte, ist, ich will zwei Texte miteinander vergleichen, die aus einem Buch stammen, Zusätze zu Esther, und die beide denselben Sachverhalt beschreiben, aber eben in Form von unterschiedlichen literarischen Stilen. Der erste ist ein apokalyptischer Text, der zweite ist ein Erzähltext. Und jetzt machen wir das mal. Zusätze zu Esther, Kapitel 1, die Verse 1 bis 11 der Traum. Im zweiten Jahr der Regierung des mächtigen Königs Artaxerxes, am ersten Tage des Nisan, sah Mardachai, der Sohn des Jair, des Sohnes des Simei, des Sohnes des Riz, aus dem Stamme Benjamin, ein jüdischer Mann, der in der Stadt Susa wohnte, ein Mann von großem Ansehen, der am Hofe des Königs diente, ein Traumgesicht. Er gehörte groß und durch ihr Getöse wurden alle Völker zum Kampf aufgereizt, sodass sie das Volk der Gerechten bekämpften. Und siehe, es war ein Tag der Finsternis und des Dunkels, Drangsal und Beängstigung, große Misshandlung und Bestürzung auf der Erde. Und es wurde in Schrecken gesetzt, das ganze gerechte Volk, indem sie Unheil befürchteten, dass sie treffen werde. Und sie machten sich bereits darauf gefasst, umzukommen. Und sie schrien zu Gott, von ihren Jammertränen aber entstand wie aus einer kleinen Quelle ein großer Strom, der viel Wasser enthielt. Da ging ein Licht und die Sonne auf, und die Niedergedrückten wurden erhöht, und sie verzehrten die, die bisher in Ehren standen. Nachdem nun Mardachai dieses Traumgesicht und somit das, was Gott beschlossen hatte, zu tun, gesehen hatte, erwachte er, und er behielt es in seinem Herzen. Und gern hätte er es in allen Stücken bis zur folgenden Nacht verstehen mögen. Soweit unser apokalyptischer Text. Und wir haben hier ein paar Kennzeichen, von denen wir schon wissen, dass sie da sein sollten. Da ist ein Traumgesicht, das ist eine Form von Offenbarung. Es werden sehr viele Bilder verwendet. Es wird sehr dynamisch gesprochen. Getöse, Lärm, Donner, Erdbeben, Schrecken, dann zwei gewaltige Drachen. Alle Völker werden zum Kampf aufgereizt. Es war ein Tag der Finsternis, des Dunkels, Drangsal, Bedrängnis, Misshandlung, Bestürzung. Oder dann, wie aus den Jammertränen, ein großer Strom wird, ein Licht aufgeht, die Sonne. Das sind jetzt Arten, wie man apokalyptisch etwas zum Ausdruck bringt. Sehr, sehr dynamisch, sehr, sehr bildhaft und in so einem ersten Eindruck auch nicht wirklich verständlich. Selbst der, der es hier empfängt, sagt ja am Ende, gern hätte er es in allen Stücken bis zur folgenden Nacht verstehen mögen. Hat er also nicht. Das war Zusätze zu Esther, Kapitel 1, die Verse 1 bis 11, der Traum. Jetzt nehmen wir am Ende desselben Buches, also wir sind jetzt Zusätze zu Esther, Kapitel 6, die Verse 1 bis 10, da kommt die Deutung. Und jetzt wird es spannend, weil eben hatten wir einen apokalyptischen Text, jetzt bekommen wir einen Erzähltext. Da heißt es und es sprach Mardachai, von Gott aus ist das Geschehen. Ich habe mich nämlich des Traumgesichtes erinnert, dass ich über diese Begebenheit geschaut habe, denn nicht ist irgendetwas von ihnen unerfüllt geblieben. Die kleine Quelle, die zum Strom wurde und es kam auch ein Licht und die Sonne und vieles Wasser, Esther ist der Strom, sie, die der König heiratete und zur Königin machte. Die zwei Drachen, aber, das bin ich und Haman und die Völker, das sind die Völker, die sich versammelten, um den Namen der Juden auszutilgen. Mein Volk aber, das sind die Israeliten, die zu Gott schrien und gerettet wurden. Und es rettete der Herr sein Volk und es erlöste uns der Herr aus allen diesen Leiden und der Herr tat die Zeichen und die Wunder so gewaltig, wie sie noch nie unter den Völkern geschehen waren. Darum hat Gott zwei Lose gemacht, eines für das Volk Gottes und das andere für alle anderen Völker. Und diese beiden Lose kamen zur festgesetzten Zeit und Stunde, nämlich auf den Tag des Gerichts vor Gott, für sein Volk und über alle die Völker. Und Gott gedachte seines Volkes und er erklärte, dass sein Eigentumsvolk im Recht sei. Und es sollen von ihnen diese Tage im Monat Adar am 14. und am 15. Tag eben dieses Monats mit Festversammlung und mit Freude und mit Frohsinn vor Gott gefeiert werden, sodass sie für alle Generationen auf ewig in seinem Volk Israel bestehen bleiben. Das war der zweite Text. Und was wir jetzt merken, und ich möchte jetzt gar nicht zu viel sagen zu diesem Thema Hermeneutik, also die Regeln der Auslegung von apokalyptischen Texten, aber was mir auffällt, ist, wenn ich den ursprünglichen Text nehme und dann hier die Erklärung dazu. Und wenn ich mich darauf einlasse, dass ich es hier damit zu tun habe, dass ein apokalyptischer Text von seiner Art her als Erzähltext interpretiert wird, dann stelle ich Folgendes fest. Erstens stelle ich fest, dass wahrscheinlich niemand darauf gekommen wäre, die zwei gewaltigen Drachen, die hervorbrechen und bereit sind, miteinander zu kämpfen, mit einem Mardachai und einem Haman zu vergleichen. Also das ist wichtig. Hier werden Drachen erwähnt und man denkt an sehr Gewaltiges und in Wirklichkeit sind das nur zwei Menschen, die da aufeinander prallen. Oder dass die kleine Quelle, die zum Strom wird oder das Licht und die Sonne, dass damit eine Königin gemeint ist. Also vielleicht kommt man drauf, wenn man das Buch Esther kennt, aber ich habe hier eine Form von Interpretation, die ist für mich jetzt erstmal gar nicht zugänglich. Und gleichzeitig, während ich solche Bilder habe, die total weit weg sind, habe ich mitten im Text Dinge wie alle Völker werden zum Kampf aufgereizt, das Volk der Gerechten zu bekämpfen. Und ich denke mir, ja, das habe ich schon am Anfang verstanden und wenn jetzt hier es heißt, die Völker, das sind die Völker, die sich versammelten, um den Namen der Juden auszutilgen, denke ich, ja, es ist eine komische Mischung. Auf der einen Seite Bilder, die so extrem sind und auf der anderen Seite Beschreibungen, die sind fast eins zu eins Erzähltext. Die kann ich fast genau so stehen lassen, wie sie da stehen. Mein Volk, aber das sind die Israeliten, ja logisch, was soll es denn sonst sein? Also, ich habe in apokalyptischen Texten, wenn ich mir die Hermeneutik anschaue, ich habe einerseits Bilder, die total übertrieben sind, dann habe ich Dinge, die sind so realistisch, dass ich den Eindruck habe, das verstehe ich sofort. Und dann gibt es ein drittes Element, das verbirgt sich hinter, siehe es entstand, Getöse und Lärm, Donner und Erdbeben, Schrecken auf der Erde. Und Entschuldigung, davon ist überhaupt nichts passiert. Vielleicht der Schrecken, aber die Donner und Erdbeben, Getöse und Lärm, die stehen erst einmal nur da, um ein emotionales Bild zu erzeugen von der Verwirrung und dem Drama, das hier entsteht. Und so kommen wir zum Schluss. Wenn das stimmt, was ich jetzt gesagt habe, dann halte ich für mich fest, dass bei der Auslegung apokalyptischer Texte drei Dinge zu beachten sind. Punkt eins, es gibt Bilder, die betreffen Realitäten. Die sind aber wirklich schwer zu verstehen. Es gibt dann Beschreibungen, die mitten in diesen Texten vorkommen, die sind fast realistisch. Und drittens, es gibt Beschreibungen, die sind total unrealistisch, obwohl sie sich realistisch anhören. Getöse, Lärm, Donner, Erdbeben, Schrecken auf Erde. Das könnte ja irgendwie total realistisch sein, ist aber nur dazu da, um emotional etwas beim Leser zu bewirken und dafür zu sorgen, dass er versteht, wie schlimm die Situation ist, ohne dass diese Dinge wirklich passiert sind. Und in diesem Sinn mache ich Schluss. Das war meine Einführung in apokalyptische Literatur. Ich hoffe, dass es Leute gibt, die diesen Vortrag hören und denken, Mann, das kann ich viel besser und das mache ich noch mal. Würde ich mich freuen. Ich würde auch gerne noch dazulernen, weil ich glaube, dass es ein total spannendes Thema ist, sich mit den apokalyptischen Texten in der Bibel zu beschäftigen. Und wir werden das auch brauchen, wenn wir über die Offenbarung nachdenken, wenn wir darüber nachdenken, wie die Offenbarung auszulegen ist und was da noch so auf uns zukommt. Ich bin gespannt und ich wünsche dir ganz, ganz viel Segen, wenn du jetzt mit einem vielleicht ganz neuen, geschärften Blick an apokalyptische Texte herangehst. Amen. Amen.